so ich glaube ich war hier irgendwo hier unten einfach der hauptstraße folgen ich denke nach diesem fall mache ich erstmal ganz kurz pause eine feuerpause weil ich mal was essen möchte ich habe heute eigentlich doch überhaupt nichts vergessen so die ampel finde ich total cool so ach so echt ja ja habe ich auf jeden fall schon gesagt scheiß auf straßenregeln das frisst eine menge zeit macht das nee nee wir sind polizisten müssen daran halten so dann können wir doch über irgendwas reden über die fallaufklärung aber das habe ich echt geerbert so ein bisschen dass wir nur drei von sechs fragen richtig hatten wir uns echt ein bisschen anstrengend also auch echt schwierig diese mimik und gestik immer gestik immer zu zu deuten so steig mal kurz aus und guckt das wahrzeichen an wir sind gerade nicht in der verfolgungsjagd was ich schon cool aus was ist das hier ok ach hier kann ich nicht runter springen so sie sind festgenommen lspd so wo habe ich das auto geparkt dort hinten du bist kein polizist doch ich bin der polizist ich bin detektiv 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 bin ich so und die union station ach diese uhr ach die kirche noch von äh gta los santos äh von gta also dieses doch ja los santos oder die kirche ist doch die kirche wo die so ein lowrider test gemacht haben auf jeden fall kommt mir diese diese ziffernblatt sehr bekannt vor so so da vorne ist auch schon die bar du bist kein detektiv ist kein polizist doch natürlich was soll denn sonst sein wir sind abend noch bei der polizei privatdetektiv wäre etwas anderes aber danach müssten wir auch für alle roten ampeln haften ja also ich kann die ich ja ich kann auf jeden fall dritten wird er mit dem mit dem auto so wer ist unser ich hab's vergessen ach was koal felds l.a.p.d. ich verstehe du bist ein freund von adrian black ja ich weiß bist du bewusst dass er sich missen nein ich habe das nicht gehört schwer zu machen scheint er wirklich guter freund zu sein was ist mit ranns vater beendete conan ja ja aber der ist ja privatdetektiv kokoromori ist ja privatdetektiv und es gibt ja auch bei der polizei detektivs in deutschland heißen sie kommissare es gibt ja kein äh englisches wort für kommissar in englisch das nennt man detektiv so we found blacks car abandoned in a freight depot covered in blood you know anything about that morgan hell no i'm sorry wie kommt denn dann die quittung eines lebendes eines lebenden schweines dahin we were there morgan we found a receipt in the trunk of the car it has your name on it we can call the slaughter yard and nail you on it all right already that fool adrian fall for some dame in seattle wanted me to make it look like you've been attacked ah da wissen wir es doch schon es sollte doch nur aussehen wie ein überfall was für konsolen hast du eigentlich ich habe nur eine xbox 360 und eine wii also ein bisschen alter weil meine vorliebe geht der pc und ähm beim pc gibt es sowieso viel mehr spiele wenn ich mir eine konsole kaufen würde dann auch nur wegen den spezialtiteln wegen den exklusivtiteln äh und dann würde ich add to playstation tendieren aber trotzdem mach sonst 16 stunden stream wenn du es so fährst wie eine oma ne inzwischen damit gebe ich ja gas so dann fragen wir doch mal oh das ist wieder kompliziert ich glaube der lügt auf jeden fall aber ich weiß nicht also er könnte aber die wahrheit sagen weil adrian black könnte es auch geheim gehalten haben aber wir könnten dem beweis vorlegen dass das ticket nach seattle noch immer da ist was sagt ihr wahrheit oder lüge wir haben einen beweis dafür dass er nicht weg ist aber ich weiß nicht ob ob frank das weiß dass er noch hier ist ja klar kann man viel mehr scheiß wollen in gta das war wieder recht so wir hätten ja hier das zugticket zugticket mit rechnung von los angels nach seattle ich sage pflicht also lüge wahrscheinlich so moment moment so ich sage mal lüge anzweifeln anzweifeln würde ich nicht sagen weil wir haben ja einen beweis dafür also anzweifeln wäre ja wirklich anzweifeln und lüge wäre ich beweise dass er lügt also ich habe einen beweis dafür dass er lügt und anzweifeln ist einfach nur das ist doch gelogen sagen sie uns die wahrheit sowas zum beispiel also ich denke mal anzweifeln also ob du meinst lüge lies lies and more lies morgan du weißt wo er ist was hast du das sagt ich weiß wo er ist da nehme ich lieber wahrheit wobei ist er auch viel schlimmer so ach man so adrian ist nicht verletzt was ist mit all dem blut ich weiß nicht es war schmerz er sollte einen knick auf etwas ja alter so ein arsch wir haben dich für die schmerzen und schmerzen und kriminelle konspiration willst du mich mit ein paar andere schmerzen morgan wir haben einen schmerzen und einen schmerzen ich bin in der raleine ich habe die schmerzen und die schmerzen in eine schmerzen schmerzen die schmerzen um die schmerzen adrian hat die schmerzen ja sie ist überzeugend aus sah auf jeden fall sehr überzeugend aus ach man das nervt mich morgen weiß 100 pro wo steckt wir haben sie aber vermasselt das ist doch das spiel an die wahrheit oder pflicht er fährt aber ziemlich zügig muss ich sagen ich bin ich bin er fährt ja echt wie besoffen warte 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 gleich 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 warum wollte ich den entdecken ich habe eine laterne nur umgefahren so der name wäre hannes ein nachnamen habe ich nicht und einen zweiten vornamen habe ich auch nicht so schalte dass man sich nicht überspringen kann jetzt nicht jetzt nicht ich bin ich warte ich wünsche ich wünsche ich hätte die Geschichte besser jetzt hä warum habe ich jetzt schon wieder entdeckt warum der fährt auch wie so ein assi öff der fährt auch wie ach das ist ja blöd machen wir später ich bin so blöd dass ich das nicht überspringen kann ja ich glaube auch zu nah aber ich habe schiss dass er uns entwischt das ist Ja, genau, fahr ruhig zu morgen. Zu morgen, Freeman. Ah, nee, warte, 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 das ist ja Adrian Black. Morgen heißt der ja. Ja, genau, genau. Fahr uns zu, Mr. Black. So. Ach, Quatsch, man hat es noch nicht bemerkt. Alter, wie fährt denn der? Kann er auch mal ordentlich fahren, so dass ich ihn auch wirklich richtig verfolgen kann? Er steigt da aus. Achso, Quatsch, das ist das falsche Auto. Verdammt, ich habe das falsche Auto beobachtet. Habe ich schon gedacht, warum steigt er direkt beim Polizeipräsidium aus? Was war das falsche Auto? Alter, ihr fahrt einfach nur voll dappend durch die Stadt. Na nun, jetzt steckt er aber aus. Morgens Apartment. 17.45 Uhr. So, ich glaube, ich bin hier rein, ne? Wo willst du denn hin? Hier ist die Tür. Und der soll Detective sein. Na, Glückwunsch. So, mal schauen, wo wohnt er denn? Apartment 2. So, das müsste die Tür sein. Äh, oder auch nicht? Doch. Wer in der Hölle ist das? Willst du dich relaxieren? Jesus, Adrian, ich habe dir gesagt, wir sind in der Flur. Ich werde es verstehen. Ah, shit. It's over, Morgan. Mr. Black? LAPD, give yourself up now. I knew it. I knew it. Oh, shit. Hier ist ein Sichtsausdruck dabei. Ach, zu herrlich. Jetzt eine Kamera oder so. So, Mr. Black. Jetzt warten Sie doch mal. Mr. Black, komm zurück hier jetzt. Ah, okay. Es ist vorbei, Adrian. Es ist nicht da, Adrian. Warum nicht einfach kommen mit ihr, Black? Warum das Melodrama? Ich dachte, es wäre leichter. Nein, es ist einfach ein bisschen schwieriger geworden. Adrian Black, du bist unter Arresten. Für Konspiratie und Verbrauch. Wir werden sehen, was die D.A. hat zu sagen, was die D.A. hat zu sagen, was die politische Ressourcen auf einer wilden Gusschase wie dieser. Du wirst deine Frau verlieren, dein Job verlieren und wahrscheinlich endet in der großen Haus. Ich hoffe, sie war es wert, Adrian. Oh, Alter. Irreführung der Behördenbetrug. Das war ein bisschen ein Problem, huh? Adrian, was ein Idiot. Du hast einen Arresten und eine Clearanz in deinem ersten Fall, und in fine style, too. Well done, Detective. Efficient investigation technique, good public presence. Du hast das, und du lernen von Bukowski hier, du kannst ein langes Weg in dieser D.A. Oh, shit. Ah, ist ja schon. So, zwei Hinweise übersehen. Fragen richtig, haben wir gut. Knapp 50% ist so, ist, ist gut. Fahrzeugschaden 81 Dollar, Sachschaden 100 Dollar. Notiz Frank, Frank Morgan hätte bei ihrer... Ah, hab ich's mir so. Also, schade, hab ich schon gedacht. Frank Morgan hätte bei härterer Befragung mehr über Adrian Black ausgesagt. Ausgezeichnet. Naja, gut, ausgezeichnet will ich jetzt nicht sagen. Ich, es war solide. Solide war's. Aber ausgezeichnet nicht. Errückt mich so mit den Fragen, weil wenn wir mal falsch liegen. Der Wagen des Konsuls. Okay, wir werden das kurz halten. Ich bin schon leid für die D.A. Erstens, Phelps, Bukowski. Wir haben ein Report von einem neuen Packer über den Abstand auf der 2. Straße, zwischen Olive und Grand. D.R. ist einer Oswald Jacobs, sagt, das Fahrzeug wurde in seinem Nachbarn. Da ist ein Patronman auf der Seite. Geht da da und sehen, was du kannst. Any questions? Gut, geht's. So. Ich frage mich, was die anderen hier alle für Aufträge bekommen. Würde ich gerne dabei sein. Wir sind natürlich immer die Ersten, die hier... Warum geht denn da jetzt? Sind wir die Einzigen, die einen Auftrag bekommen? Wie blöd ist das denn? So. Das war nur eine Illusion. Das ist natürlich die Vetter als der Vette. Ich glaube, das war einfach nur eine Illusion. Die durch die Optik hier ein bisschen hervorgerufen wird. So, hier ist der Ausgang. So, ich würde mal sagen, ich hoffe, ihr könnt... Ihr versteht es. Aber ich muss mal jetzt mal eine kurze Pause machen, wegen Essen. Danach dürft ihr entscheiden, ob wir noch weiterspielen wollen oder erst mal ein anderes Spiel. Wir können natürlich nachher noch immer L.A. und L.A. Noire spielen. Ich denke, das merken wir sogar, weil es ist gerade sehr spannend. Und ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Also, ich würde sagen, ich speichere mal... Geht das? Speichenden... Outfits. Outfits. Wunderknabe. Oh, ne, das sieht blöd aus. Oh, das sieht gut aus. Das nehmen wir. Kreuzritter. So. Ich würde sagen, das können wir machen. Wir können ja... Äh, wir können ja... Warte, erst mal... Ja, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt gespeichert. Hoffen wir es mal. Ähm, ich denke, wir machen danach erst mal kurz Sims 4. Und wir werden einfach dann im übernächsten Spiel dann nochmal L.A. Noire weiterspielen. Denn es macht mir gerade... Es macht auch wirklich gerade sehr viel Spaß.